Hallo, grüßt euch zusammen. Wir sind wieder Annette und Dani und heute haben wir euch etwas mit einem Stuhl vorgestellt. Den habt ihr ja alle zu Hause. Stellt ihn schön irgendwo ins Zimmer, dass ihr ein bisschen Platz habt und schon kann es losgehen. Ein kleines Aufwärmchen. Jetzt lausen wir hier. Und auch mal rückwärts. Und dann Seite noch, auch gerne mal anders herum. Jetzt machen wir die anderen ein bisschen böse. Und dann. Und dann. Und dann. Und ein bisschen ausschütteln. Verschnaufen. Und dann könnt ihr das gerne nochmal wiederholen. Und wir machen jetzt aber auch gleich weiter und zeigen euch die nächsten Übungen am Stuhl. Und dann geht es weiter mit einem paar Fitnessübungen. Stellt euch dafür vor einen Stuhl. Das Gewicht ist auf einem Fuß. Und jetzt setzt ihr euch runter. Und dann wiederholen. Liebesbein zehn Mal. Und wir wechseln. Okay. So. Das macht ihr jeweils zehn Mal vorbei. Dann kommt die nächste Übung. Hier setzt euch auf den Stuhl. Hände an die Hand hoch. Füße ein bisschen weg. Und die Arme beugeln. Und strecken. Was? Und die Schenke. Hände auf den Stuhl. Hände an die Hand hoch. Und die Füße noch� tun. Genau. Auch zehn Mal. Und die dritte Übung sind die Nübelsstütze. Hände auf den Stuhl. Baut es fest. Hohe Einspannung. Und tief und hoch gehen. Das macht ihr auch zehn Mal. So, und hier kommt die dritte Übung Stützen. Das ist auch immer sehr gut für den Handstand. Männer auf den Boden, die Blüse auf den Schuhen und dann im Wechsel. Ein Bein nachheben, das andere Bein heben, einen Arm heben, einen anderen Arm heben. Und das Ganze fünfmal. 2 bis 2 machen wir und so weit. Jawohl, das war die Nummer vier. Jetzt kommt die Nummer fünf. Wir schwimmen nach Amerika. Ihr legt euch auf den Bauch, Schwimmbewegung auf die Brückenlustratur. Und dann schwimmen groß, reißen nach Mitteln an, große Schwimmbewegung und bis Zehntel. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs und so weiter. Und dann kommt auch schon die sechste Übung. Das sind die Sehners. Wir brauchen uns ein Material, ein Kissen, ein Ball, was ihr gerade findet. Und dann schön die Beine auf den Stuhl ablegen. Das Sechchen hinter euch. Dann die Sechchen reifen. Wischen die Beine auf den Stuhl ablegen. Arme zurück, wieder hochkommen. Sechchen holen, ablegen. Auf den Stuhl klopfen. Sechchen holen, ablegen. Und so weiter. Das wäre jetzt eins. Und die Sechchen hinterlegt. Geht's wieder von vorne los. Und dann noch die Beine. So, zehnmal das Ganze. Viel Spaß beim Nudeln. Ihr könnt den Zirkel drei bis fünf Runden machen. Und zum Schluss kommt noch ein kleines Dehnprogramm. Dafür stellt ihr euch hinter den Stuhl für die erste Übung. Und lehnt den Fuß oben drauf auf dem Lehen. Und lehnt euch gleich nach vorne. Der kann auch mal versuchen, mit den Händen in die Mitte zu berühren. Kurz halten, so zehn Sekunden. Und dann ist es gut. Wenn das zu schwer ist, der kann auch eine leichtere Variante wählen. Und den Fuß nur unten drauf gehen. So, dann halten wir uns hier an der Regel fest. Schnappen unseren Fuß. Und wehnen die Beine zusammen. Auch zehn Sekunden halten. Und beim letzten. Dieser Tag. Dann, bei der dritten Luft, legen wir einen Fuß auf dem Stuhl ab. Und machen uns ganz lang. Dass ihr euch schön in der Seite leichte Dehnung spürt. So, dann komme ich noch zur letzten Lehnung. Und zwar, Hände wieder auf dem Lebel. Und eine schöne Tische. Kurz halten, locker lassen. Und nach. Ja. Das war's schon. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.